Ich schreibe da gerade an etwas, das wird echt der Hammer. Ich wusste gar nicht, dass du schreibst. Hast du irgendwelche Vorbilder? Shakespeare, Krakauer, die heiße Braut, die Twilight geschrieben hat. Ich glaube, ich habe da genau das Richtige für den Anfang. Es gibt einen Typen, der meint, er kennt das Geheimnis des Bermuda-Dreiecks. Wir sehen uns in drei Wochen mit einer Story, die dich umhauen wird. Woher kommt ihr? Ich komme von der Insel Manhattan. Wart ihr der Präsident? Mich nannten dort alle nur Präsident... Oberkuhl. Das erste Mal in seinem Leben schauen die Leute zu ihm auf. Um eine Prinzessin zu kriegen, brauchst du eine abgefahrene Anbagertechnik. Kannst du mir das beibringen? Wenn du sie das nächste Mal siehst, sag ich, ich stehe total auf dich. Ich träume von so vielen Sachen und du bist eine davon. Und endlich ist er jemand Besonderes. Schieben zum Entriegeln. Zwölf Nachrichten. Gott, bin ich angesagt. Doch gerade als er dachte, er hätte seinen Platz gefunden, stellten sie fest, wer er wirklich war. Ich fordere euch zu einem Duell heraus. Heißt das, dass ihr annehmt? Dann fang mal an. Ich ergebe mich, ich ergebe mich. Ihr könnt euch nicht ergeben. Ihr gabt uns euer Wort. Tut mir leid, ich bin einfach nur ein Typ aus der Postabteilung. Frühjahr 2011. Gulliver, du hältst dich selbst für so klitzeklein und unbedeutend. Doch ich sehe das nicht so. Du kannst das. Wird er beweisen, dass er der Held ist? Ich möchte wieder euer Beschützer sein. Wie sollten wir euch jetzt noch vertrauen? Einfach, weil ich zu meinem Wort stehe. Diesmal wirklich. Der er immer sein wollte. Wir werden angegriffen. Dann mach ich mal den Zerstörer. Jack Black. Hey Leute, ich komm in Frieden. Feuer! Ich bin unbesiegbar. Gullivers Reisen. Da kommt was Großes auf uns zu. Spielpause. Ah, lächerlich. ?